Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League oder wie es andere auch nennen würden, Supersonic Acrobatic Rocket Power Battlecast 2. Und dabei ist der Tim. Gude. So, wir spielen jetzt gegen echte Spieler. Soll ich direkt Rangliste machen oder ohne Rangliste? Das ist ja, na klar wird Rangliste. Wir wollen ja sehen, dass wir absolut grandios sind. Gut, das ist klar. Ich muss sagen, also ich meine, ich bin ja, ich bin Rookie. Ich weiß nicht, was für so ein Level du bist, aber... Ich bin Semiprofi. Oh, der Fall her. Ich meine, hallo. So, wir sind eher auf Set Shifty und du bist vorne. Bleib hin. Das ist ja wichtig bei Wansch, dass immer einer hinten bleibt. Oh, da kommt der Ball schon und er ist in der Luft. Achso, wir sind jetzt blau, das verliert mich jetzt massiv. Ja, du kannst jetzt halt nicht aussuchen mehr. Scheiße. Oh, oh. Okay, wir haben auch diese so gute Abstopperqualität. Anscheinend schafft den Ball. Jetzt komme ich, jetzt komme ich. Ja? Ah, ja, ja, ja. Nein. Ja. Ah, ich dachte noch, er holte ich noch. Das Spiel meinte überhaupt kein Spaß. Du bist vorne, du bist vorne. Das Spiel ist absoluter Dreck. Ich bin niemals 20 Euro dafür aus. Warte, den hab ich? Den hab ich? Oh ja, oh ja! Oh ja, die kommt von hinten, die kommt von hinten! Tor! Yes! Und die denken, wir sind die Oberpros. Idioten. Unten steht immer, wer noch nicht geskippt hat, oder? Ja. Ah, ich hab bisher noch nie geskippt. Ach, was? Oh, ich hab mal. Also, ich bin vorne. Ich komm... Okay, dann bleib ich hinten. Hast du? Jawoll. Robo mitnehmen. Oh, fuck. Der ist vorbei gesprungen. Nein, nein, der geht nicht. Der kommt aber nach der... Oh, oh, da kommt der nächste. Shit. Tor! Tor! Flieg! Flieg und Sieg! Alter, Junge! Was war das denn? Guter Schuss. Danke, Mann. Achtung. Bam! So ist der fliegt. Oh, da oben schreibt er in der Nice Shot. Ja. Ja, du kannst mit dem Steuerkreuz kannst du so vorgefertigte Sachen machen. Okay, ich glaub, sieht nach dir auf. Ja. Boah, fuck, Kevin. Oh, fuck! Scheiße, ich bin dann... ein bisschen daneben geslidet. Naja, guck mal, guck mal, ich auch. Ah, fuck. Ja, egal. Hey, ich hätte... Man kann zur Seite springen dann, oder? Ja, ja. Ja. Das Schlimme ist halt, bei Rocket League... Du bist vorne. ...kannst du 3-0 führen und innerhalb von 1 Minute kann die 3-0 machen. Oh, 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 yeah! Oh, oh, oh! Ach, kack! Ich bin wieder daneben geflossen. Ja, ist ja... ist ja legitim in dem Spiel, glaub ich. Jawoll. Tor. Ah, schön. Tor. Ich hab den Ball... Easy! Ich hab den Ball nicht berührt, diese Runde. Easiest game of my life, Mann. Warum hast du so ne, äh, so'n... komischen, ähm, Typ in nem Sack bekommen? Also, äh... Hatrick. Hatrick. Ach, Hatrick! Ja. Der feine Herr. Wenn das der Ha... Hase im Hut... Du bist vorne. Jo. Ja, du kriegst halt auch für sowas Punkte, weißt. Wie bei... Wenn du bei, ähm... Call of Duty oder sowas Kills gemacht hast, oh, fuck. Nee, 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 nee. Nicht mit mir, Freundchen. Tor. Scheiße. Das war... Das haben sie gut gemacht. Ja, ich muss noch ein bisschen mehr mit der Handbremse arbeiten, weil, ähm... Ja, du kannst halt dann... Schau mal hier, ey. Zack. Weil wer daneben geflogen wäre, nicht der Mann reingestellt. Ja. Äh, du bist vorne. Jo. Schön, 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 schön. Ich... Hab ich? Warte, den krieg ich. Den krieg ich. Ah, fuck doch, ich. Oh, shit. Ja, wir sind beide... Wir sind beide nach dem Ball gegangen, was dumm war. Einen hab ich inkludiert. Einer ist raus, erst mal. Ah, fuck. Hab ich. Weg. Ist weg. Achtung! Wow! Oh, wie ich ihn auch gerührt hab, im Arsch. Alter, Falter. Oh, geh du, geh du. Ah, okay. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Da kommt er. Alter, oh nein. Oh, das wär das epischste Play gewesen, Mann. Oh, wie schlecht, ey. Du musst einfach, wenn die auch so... Wenn die warten auf den Ball, musst du die einfach wegboxen. Dann fliegen die halt voll weit weg. Dann können die nix machen. Oh, shit. Nein. Oh, nein. Ich hab noch. Nein. Nein, Junge. Was ist da das denn? Ich hab reingedrückt. Ich bin runtergefallen und auf dem Ball drauf. Nein. Guck mal, ich hab noch da rausgepischt. Der fällt vorbei. Die fangen beide vorbei. Die fangen beide vorbei. Oh, Mann, ey. Egal. Du hast mich alle Tage ab. Oh, 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 der fliegt gut. Nein. Yo. Ach, komm. Ich... Ich hab's noch nicht so ganz mit der Handbremse raus, dass man hier so ein bisschen engere Kurven fährt. Oh, shit. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Oh, schön. Das ist halt schwierig. Boah, der Ball liegt einfach noch so in der... Och, Kevin. Ach, fuck. Wie geil das aussah. Ja, ich dachte, der schießt den vielleicht hoch und wollte hochspringen. Ja, aber... Oh, geil, ey. ... ziemlich kacke dumm. Du bist vorne. Ich bin vorne, ich bin vorne. Oh, Mann, ey. Geil. Richtig geil. Ja. Ich muss das noch lernen. Der fliegt gut, der fliegt gut, der fliegt gut. Der springt jetzt runter durch. Dann mach ich so und dann ist toll. Easiest game of my life. Guck. Ich predicte, guck. Zack. Und... Boop. Du hast sogar nur einen einfachen Sprung gemacht. Ja. Du bist vorne. Ah, fuck. Ja, so langsam check ich's mit... Und Tor. Mist. Ich hab gedacht, ich kann schlafen. Gut, dass wir gegen menschliche Spieler viel besser sind als gegen... Aber echt, ey. Gegen Computer. Gegen Computer. Das ist von... Vor allem nicht einfacher Computer. Noch dazu. Äh... Ich fahr. Ich fahr. Ich fahr. Haha, er ist vorbeigefahren. Du auch. Ja. Ja. Das war ja fast Absicht bei mir. Okay. Oh, der ist daneben gefahren. Oh, Mann. Jawohl. Aua. Sorry. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Jawohl. Oh, was ein Pass. Warte, ich block den. Ja. Das ist ein Tor von dir. Das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte ihn blocken und dann hab ich Gas. Ey, was ist ein Mega-Winkel. Oh, fuck. Da beruh ich den noch. Scheiße. Ich hab gedacht, jawohl, ich hab ihn geblockt. Oh, Mann. Ich fahr. Okay. Ja, so langsam check ich's auch mit der Handbremse. Weil die ist ganz schön wichtig. Ja, damit kannst du halt diese schnellen Drehungen machen. Oh, fuck. Sorry. Nix da. So hoch hab ich aber auch noch nicht gewonnen. Hast du ja noch nicht mehr gespielt. Warte. Ja, das ist korrekt. Ah, fuck, Mann. Hä? Schlecht. Kriegst du denn vor? Nee. Shit. Bisschen zu hoch. Oh, warte. Jetzt. Nein! Oh, Mann. Kann man nur so schlecht sein. Jetzt aber. Ey. Alter, ich raste aus. Oh, das wird ein Tor. Und nicht, weil ich vorbeigesprungen bin. Ja, ich bin aber auch so oft vorbeigesprungen, ey. Das war dann schon wieder so easy. Guck da. Guck mal, jetzt nicht. Ist das jetzt? Nee, weiße. Äh, ich fahr. Okay. Ja, ich muss diesen Seitsprung noch besser timen. Ach, Mann, ey. Muss ich auch jedes Mal in die Mitte klären. Weg. Tor. Tor. Mach noch. Mach keinen los. Yes. Hahaha. 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 9 zu 5. Mein Gott. Hahaha. Hahaha. Guck mal da, ey. Wauuuhu. Hahaha. Hahaha. Also es ist ja noch zwei Sekunden. Ja. Komm, beide natürlich. Beide nach vorne, egal. Alles rein in die Wattenschale. Oh, fuck. Die haben beide gewartet, ey. Bam. Breakout Stars hab ich freigescheißelt. Neues Deackel. Alter, sieben Tore, ey. Zwei Vorlagen. Ja. Du hast auch zwei Tore gemacht. Ja. Guck mal, da gehen sie raus. Oh. Ach so, ist ja auch, äh. Muss ja nur zurück zum Hauptgenie. Stimmt, der ist ja an Glister. Musst du? Ja. Ja, du kannst dich noch mal gegen die. Easiest Game of my life. Warte, jetzt geh ich mal kurz in die Garage und mir mein neues, äh, neues Deackel angucken. Fertigkeiten-Zrang. 166. Äh, was hab ich denn jetzt freigeschaltet? Du hast für den Breakout Sterne freigeschaltet. Du hast nicht, du hast nicht alle Aufkleber für alle Autos. Ach so. Hä, warum steht denn da WINS 0? Ja, das zählt nicht immer, komischerweise. Weil mit diesem, mit diesem Auto hast du null Siege, weißt du? Doch, das ist das Auto, mit dem ich gerade eben gespielt hab. So, ja, dann keine Ahnung. Oh, jetzt hat er mir die, ja, jetzt hat er mir die Deackels wieder gelöscht, der Idiot. So, jetzt, dann warte ich noch. Dann warte ich noch. Ja, mach, Start. Dann spielen wir noch eine Runde gegen echte Spieler. Okay. Ich beiß noch mal kurz mein Brötchen, es liegt hier so rum. Was hast du drauf? Ähm, Frischkäse und leckere Salami. Auf einem Kürfiskalmbrötchen. Ah, okay. Äh, du bist vorne. Oh, jetzt sind wir gelben. Also orange, also bei mir ist orange-gelb, aber... Ja, bei mir auch. Okay, er springt auch noch am Ball vorbei. Ich warte in der Mitte. Ach, shit. Soll ich ihn holen? Ja. Ah, da kommt einer. Ah. Hab ich. Oh, der käme, 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 käme. Los. Ja, du Arsch! Mein Gott! Du gönnst dir ja doch nichts! Nö. Ich fahr. Okay. Oh, fuck der schneller. Egal, ich hab's. Nee, bis es in deine Richtung kommt, halt. Ja, aber nur, weil... Er hat erst vor Rücken gegen mich geschossen. Und 2-0. Junge, es ist einfach nur krank mit dir. 11 Sekunden bis zum Tor. Ja. Ich hab in der Zeit hinten gesessen und gewartet. Das Schlimme ist, ich hab wirklich mal ein Spiel gehabt, das ist wirklich nur 1-0 ausgegangen. Weil der zweite Ball einfach so 4 Minuten 30 im Spiel war. Oh, oh, der könnte wieder gut werden. Ach, ich Idiot. Soll ich kommen? Ja, mal, oh, nein, warte. Jetzt. Warte, ich hab mit Tobo. Hab ihn. Ja, ja, ja. Geh in die Mitte, geh in die Mitte. Ah, fuck. Warte, der ist noch nicht weg. Ah, fuck. Warte, krieg ich. Hab ich. Ich so? Ja, sehr gut. Schönes Ding. Oh ja, das ist so. Achtung. Bam. Wir beide nebeneinander. Ich fahre gerade aus. Turbo. Warte. Guck mal, wir beide nebeneinander, da unten. Juhu. Alter, warum sind wir denn so gut? Also du hauptsächlich. Keine Ahnung. Du gehst. Weißt du, wie lange, weißt du, wie oft ich schon, wie viele Spiele ich schon gemacht habe, ey? Nee. Ich suchte dieses Spiel einfach sauerhaft. Bei dir stand 5 Stunden Spielzeit. Ja. Ja, und ein Spiel geht 5 Minuten. Oh, shit. Na, da. Nee, nee. Und Konter. Und Tor. Oh, da ist noch einer. Mach ich nicht. Ja, ja. Hast du nicht gewusst? Okay, das nächste Mal sag ich dir's. Nee, ich hab ja auf Ball fixiert, weißt du? Ja, ja. Wirkt der Kamera nämlich. Ja, ich hab dann aber zack. Ich hab dann einfach mal schnell 300 kmh reingehauen in den Ball und dann geht das besser. Du bist. Äh, ich bin. Ah, fuck. Ich geh? Na, wobei. Geh du lieber. Oh. Warte, ich... Na, komm. Oh. Damit hab ich nicht gerechnet. Ach, kacke. Ich spring auch noch vorbei. Ah, fuck. Sorry, es war mein Fehler. Sie, wüsste jetzt gleich sehen. Echt? Da wollte ich clean? Das sieht so geil aus. Sieht das mal an. Wir nehmen mal diese geile Pirouette-Maske zu vorne. Ja. Ach, komm. Da hab ich die falsche Taste gedrückt. Da bin ich noch nicht so ganz drin, muss ich ehrlich. Nein. Ja, aber die schaffen's auch nicht. Ich bin auch wieder daneben gefahren. Ich geh wieder zurück. Ja, ich hab'n. Ah, shit. Geht in die Mitte. Ah, ficken. Egal, schön geblockt. Und Tor. Das ist aber, wie machst du das? Weil du den weggeboxt hast. Gott, ich reine noch. Ja, ich hab' den ja auch absichtlich so vorgelegt. So, bam. Und dann, zick. Also ich mein, ich leg' den ja schon. Versuch' ihn wenigstens so ein bisschen so hinzulegen, dass du da gut reinkommst. Ich meinst, ach man, du bist vorne, ja. Oh, schade. Geht in die Mitte? Ich hab' ihn noch. Gewischt. Okay, jetzt sind sie vorbeigesprungen, beide. Ach, scheiße. Warte, ich... Ich... Warte, geh in die Mitte, geh in die Mitte. Ja, ja, bin. Ball kommt. Ah, zum... Ja, ja, jetzt. Kommt. Nein. Nein. Warte. Ich kicken hier nochmal. Oh, fuck. Zu viel Handbremse. Ne, ich schaffte nicht. Doch. Warte, nein. Oh. Hätt' ich Toro gehabt, ey. Ich hätt' noch... Shit, Mann. Ich war hinten im Tor drin. Ja, ich auch. Guck, da hab ich's gesehen. Bin dann mal zurück und dann kam er von vorne. Oh, hätt' ich Toro gehabt, ey. Hätt' ich noch rausgeflischt. Ja, ich fahr. Okay. Oh, fuck. Sorry, Kevin. Ja, ich hätt' was sagen müssen. War mein Fehler. Ah, der kommt. Schön. Einen weggeboxt. Cool, du. Versuch. Ja. Schön. Und. Machen. Der ist genau hochgesprungen, als ich sie wegboxen wollte, die beiden. Ja, ich fahr. Okay. Na, hat nicht erwischt. Ich gehe. Ah, er hat mich gerammt, der Penner. Oha, in den Runden hat ich gefahren. Ich bin mir erstmal weggeschossen, dass die die nicht bekommen. Na, ich dachte, ich kann hier hin. Na, ich halte sie ab. Fall weg. Also, entweder haben sie jetzt gerade ihren Schwestern in den Controller gegeben, oder? Keine Ahnung. Woll. Ah, da bin ich irgendwie nochmal drunter durchgekommen. In der Mitte. Komm, klären. Klären in die Mitte. Ah, fuck. Oh, danke. Kommt der Ball? Oh, ja. Ich hab keinen Boost. Egal. Ist mir egal. Oh, shit. Nein. Zehn Sekunden noch. Einfach weg. Mit der Pille. In der Mitte. Ja, fuck, da ist einmal hochgesprungen. Bam. Ah. Ja, ich hab einen Hut bekommen. Am Arsch. Ach, das ist ein Zero? Ne, so ein Hexenhut. Ah, okay. Den hab ich jetzt zum Beispiel komischerweise noch nicht. Vielleicht keine Ahnung, was da noch ist. Also, guck mal unseren Punkteunterschied. Ich hab halt auch fünf Vorhut. Vor allem das Schöne ist einmal fünf Tore, aber nur vier Schüsse, weil ich den einen von dir abgestopft hab. Ja. Und jetzt müssen wir echt immer ins Hauptmenü zurück. Ja. Ist ja blöd. Oder wir warten halt mal 25 Sekunden. Ich weiß auch nicht, was danach passiert. Weil wir können ja kurz über das Leben philosophieren. Ja. Hast du einen Einzug für deine Hochzeit gefunden? Oh, yeah. Und ich seh brutal gut aus. Ey? Und du weißt, es ist bei mir nicht einfach. Ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ja, ich weiß, das Ding hab ich für dich gemacht, du Penne. Danke. Ne, das freut mich auch. Jetzt mach ich nur Eigentore dafür. Für den Spruch jetzt. Ah, hey, springt automatisch ins Hauptmenüts. So, mal gucken, was wir jetzt für einen Fertigkeiten-Werang haben. Wir haben jetzt ein Doppel... Also, ich hab 222. Oh, nice. Was hast du? Wo steht das denn? Wenn du ganz oben das... Also, bei mir heißt es online spielen. Ja. Da Match suchen. Und dann kommen diese Playlist. Und da kannst du dann einfach auf Doppel gehen. Also, ich den dann auch nicht mehr kennen. Auch nicht mehr Party-Lieder kennen. Ah, okay. Ja, dann wirst du auch wahrscheinlich so viel am Egal. Nochmal suchen, oder? Ja, ich würd sagen, wir machen das jetzt in der nächsten Folge. Okay, dann warte ich noch mal. Ist das okay für dich? Ja, natürlich. Okay, dann. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Gude!